Leute, willkommen zur fünften und letzten Challenge dieser Woche. Wenn ihr das bis heute ordentlich durchgezogen habt und euch wirklich jeden Tag ordentlich gestrickst habt, könnt ihr Samstag, Sonntag frei machen. Ansonsten, wenn ihr die Pausen gehabt habt, dann nehmt ihr einfach was, was ihr noch nicht gemacht habt und hängt das am Wochenende dran oder macht gleich mal alles auf einen Tag. Kein Problem, ihr könnt das ja am anderen rein, wie ihr das möchtet. Heute wird's, ich denke mal am härtesten für die meisten. Unsere Lieblingsübung, eine Minute lang, Earpiece. Ihr wisst, Fuß nah, Hände aufsetzen, abhocken, Liegeschlitz, anhocken und springen. Ihr müsst nur so hoch springen, bis quasi Luft unter unseren Füßen ist. Nehmt Rücksicht auf euren Nachbarn unten. Wenn möglich, geht natürlich raus. Ich sage mal, die Normalsterblichen sollten auf jeden Fall 10 Burbys schaffen in der Minute. Die Mädels, die da noch nicht so geübt sind, taktet euch vielleicht mal 5 ein. Und die Maschinen unter uns, die sind so mit 15, 20 Burbys dabei. Dann könnt ihr eine Minute durchatmen. Und damit wir uns quasi nicht zu viel im Arm bewegen, ist die zweite Minute, die Planke. Hier, ich werde was damit sagen, macht's moderat. Ihr habt ja nicht viel Spielraum, Planke einfach eine Minute halten. Ist schön zum Ausruhen zwischen den Burbys. Aber ich denke mal, wenn ich ehrlich bin, wird das heute die hässlichste Geschichte. Dann wieder eine Minute Pause und dann geht's wieder an die Burbys. Seid tapfer, tut euch immer richtig weh heute. Ich denke mal, Jere sollte sich ja mindestens 10 Runden vornehmen, vielleicht sogar 20 oder 30. Ich bin gespannt, was er an die Tabellen steigt. Bleibt stark, viel Spaß, ciao.